Hallo, ich bin's, Kim Lian, und heute habe ich ein bisschen was Persönlicheres wieder mal. Ich finde es immer ganz amüsant, wenn Leute sich so ein bisschen echauffieren und man lernt sie immer noch besser kennen, wenn man weiß, was sie so gar nicht abkönnen. Deshalb heute der Geht-Gar-Nicht-Tag. Die erste Frage ist, geht gar nicht in Bezug auf Essen oder eben eine Mahlzeit? Und da kann ich ohne groß zu überlegen sofort sagen, dass ich Melanzani oder Aubergine, es ist das gleiche Ding, jedenfalls hasse ich das abgrundtief. Wahrscheinlich aus dem Grund, dass ich damals, als ich klein war, ganz viel Aubergine gegessen habe. Das war so ein Auflauf bei Freunden und dann sind wir so Serpentinen gefahren im Auto, also Schlangenlinien hoch und runter den Berg. Und dabei ist mir so übel geworden, dass ich mich übergeben musste. Und dieser widerliche Geschmack von diesem halbverdauten Melanzani, Entschuldigung, dass es gleich am Anfang so widerlich ist, ja, der ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, obwohl ich damals fünf war. Und deshalb kann ich keine Melanzani und Aubergine und wie auch immer man es nennen mag, essen, weil ich es mit so einem widerlichen Geschmack verbinde. Geht gar nicht in Bezug auf Klamotten. Das ist auch leicht. Ich kann es gar nicht ab, dass manche Leute einfach Marken über Marken über Marken über Marken tragen, nur weil es Marken sind. Also ich hoffe, du verstehst dieses Bild, das ich meine. Meistens ist dann alles irgendwie so in einer Statementfarbe, also eine grüne George Tina in Lucy Tasche oder Petrolfarben und dazu, was weiß ich, so eine gelbe Ralph Lauren Hose und die Ballerinas, was weiß ich, pink, wo man sich so denkt, wow, es ist offensichtlich, dass du diese Sachen nur trägst, weil überall eine Marke draufsteht. Hast du schon mal so jemanden gesehen? Da denke ich mir dann immer so, Stil kann man nicht kaufen. Also ich finde, das geht gar nicht bei Klamotten, wenn man Sachen nur trägt, um rich birchig auszusehen. Und da sei auch noch angemerkt, ich habe nichts gegen Marken. Ich habe selber auch Markenklamotten, das hat jeder von uns wahrscheinlich, aber du weißt, was ich meine, hoffe ich. Drittens, was geht gar nicht bei Musik? Das finde ich ganz witzig, da habe ich gestern erst drüber gesprochen, auf einer längeren Autofahrt. Und zwar, finde ich, geht es gar nicht, musikalisch gesehen, und ich bin ja ein Musikfreak und sowas, wenn es so, ich sage mal, möchte gern DJs, das ist jetzt voll fies irgendwie, aber was soll es, dieser Tag ist ja dazu da, um fies zu sein und sich auszukutzen. Wenn so möchte gern DJs, irgendwie versuchen, einen auf Skrillex zu machen und dann so die Musik am Ende nur noch nach, ich sage mal, Gequietsche oder Gekreische und Brechreiz klingt, ich kann dir was von Skrillex mal in die Infobox packen, das geht gar nicht, wenn es keine Musik mehr ist, sondern nur noch Lärm. Viertens, Duft oder Geruch? Da habe ich auch ein sehr gutes Beispiel. Und zwar hasse ich den, ich nenne es mal nicht Duft, sondern Geruch, wenn jemand im Fitnesscenter, da gibt es ja diese Schießfächer, diese Metallkästchen, und wenn sich jemand so ein Kästchen mietet auf Dauer, also dass er einen eigenen Schlüssel hat, dann gibt es da diese Schweinchen, die sich so ein Kästchen mieten und ihre ganzen vollgespitzten Sachen da auch drin lassen. Und das nicht nur so zwei, drei Trainingseinheiten lang, sondern ungefähr drei bis vier Wochen lang. Und wenn die dann so zwei, dreimal die Woche trainieren gehen, oder Gott bewahre, sogar öfter, dann stinkt das so schweinisch, wenn die einfach diese verschwitzten Klamotten im Kästchen zusammengeknüht liegen lassen und die nie nach Hause nehmen und waschen, weil es ja so bequem ist, dass sie alles dort haben und dann keine Sporttasche nehmen müssen und hinzufahren. Ja, das ist ganz schön und gut, wenn du dein Deo dort lässt, dein Duschgel und deine Schuhe, aber nicht, wenn das auch noch die ganzen Klamotten sind, inklusive Sport-BH und Unterhose und was weiß ich was alles. So riecht es zumindest. Also, das ist ernsthaft Geruchsbelästigung. Fünftens, Jahreszeit. Das ist schwer, weil ich mag eigentlich jede Jahreszeit. Hat alles etwas. Aber am wenigsten mag ich eigentlich so Übergangszeiten, weil du da irgendwie nie weißt, was ziehe ich jetzt an. Ziehe ich jetzt einen Pulli und zwei Westen drüber an und eine Jacke auch noch oder ziehe ich nur einen Pulli an und eine dünne Jacke oder nur einen Pulli und einen dicken Mantel oder was auch immer. Das finde ich mega mühsam. Sechstens, Süßigkeiten. Ich mag eigentlich alle Süßigkeiten, allen voran Schokolade natürlich. Gar nicht mag ich eigentlich nur und jetzt werden einige aufsteigen, weil ich weiß, es schmeckt wie ein Lakritze. Das ist für mich keine Süßigkeit, ganz ehrlich. Das ist für mich noch eher salzig als süß. Ich mag weder die Konsistenz noch den Geschmack. Die Farbe finde ich jetzt auch nicht gerade geil. Bei YouTube geht gar nicht, dass sich die lieben Herrschaften von YouTube immer einbilden, alle zwei Tage gefühlt Neuerungen einführen zu müssen und man sich dann da wieder reinarbeiten muss und man sich fragt, wo werden jetzt meine Abos angezeigt und wo ist überhaupt mein Kanal und all diese Sachen. Also irgendwie ändern die ständig alles komplett um und das finde ich geht gar nicht, weil ich bin so eine Technik-Granny. Ich habe mir auch fürs iPhone 100 Jahre lang nicht die neue Software runtergeladen. Das habe ich jetzt gerade vor zwei Wochen oder so erst gemacht, obwohl es das neue iOS schon seit 100 Jahren gibt. Aber ja, ich bin nicht so der Freund von sich irgendwo neu einlernen, wenn das andere Jahr eh funktioniert. Geht das nur mir so? Ich bin so ein Gewohnheitstier technisch gesehen. Achtens, was geht gar nicht an McDonalds? McDonalds. Dazu muss ich nicht mehr sagen. McDonalds geht gar nicht für mich. Mag ich nicht, weil ich schon seit Jahren nicht mehr. Neuntens, Charakter von Personen. Ich glaube, ich werde das zusammenlegen, die neunte und die zehnte Frage, weil neunte ist eben Charakter von Personen, zehnte ist öffentliche Person, was gar nicht geht. Und ja, das geht Hand in Hand meistens, aber nicht immer. Und zwar mag ich weder bei Promis noch bei normalen Menschen, wenn jemand überheblich ist. Ja, meist trifft man das an bei Promis, wenn die irgendwie dich dann fragen, sag mal, weißt du nicht, wer ich bin? Wenn du dich vorstellst bei ihnen und darauf wartest, dass was zurückkommt. Das habe ich schon erlebt. Und einfach so, so Sachen. Von da habe ich auch gestern erst drüber gesprochen, wenn man seine Meinung sagt jemandem und der das irgendwie überhaupt nicht annähen kann, sagt, ja, was glaubst du denn, wer du bist? Weißt du eigentlich, wer vor dir steht? Sowas in die Richtung. Also jetzt sehr dramatisch geschildert. Da frage ich mich nur, weil du berühmt bist, wer glaubst du, dass du bist? So rum, weil wir sind ja alle Menschen und wir sind alle irgendwie, weiß ich nicht, gleichgestellt. Ja, Überleblichkeit kann ich gar nicht haben. Weder bei Promis noch bei 0815 Menschen. Es geht einfach gar nicht. Was finde ich schlimm bei Frisuren bzw. Haaren? Da habe ich auch ein ganz aktuelles Beispiel, ein ganz konkretes auch. Und zwar war ich letztens beim Friseur, als ich wollte meine Termin machen. Und da war diese Friseuse, die eine Kurzhaarfrisur hatte. Und zwar hier auf den Seiten wirklich ganz abrasiert. Und oben so ein kleiner Iroh. Also es war kein Iroh. Es war einfach so mit Gel hochgedings. Das war kein richtiger Iroh. Was ich ja sehr geil finde, wenn man den rockt und er gut aussieht und so. Aber ja, wie auch immer. Hatte sie dieses kleine mini-Stachelchen Iroh hier entlang. Und da abrasiert. Und an den Seiten hatte sie, also es war mal pink eingefärbt auf beiden Seiten und die Mitte war, glaube ich, ihre Naturhaarfabe dunkelblond oder sowas. Nein, 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 nein. Blödsinn. Dieses Mittelding war blondiert. So ist es. Und auf der einen Seite, also hatte sie, ich glaube, ich weiß nicht wo, auf jeden Fall, hatte sie hier so Leopardmuster im Türkis. Zwar auch nicht meins, würde ich nie machen, aber whatever. Und auf der anderen Seite jedenfalls, jetzt kommt nämlich der Burner, hatte sie eine einrasierte Hello Kitty. Also da war praktisch bis auf die Kopfhaut runterrasiert in dieses Pink. Und einfach die Umrisse einer Hello Kitty samt diesen drei Schnurhaaren. Heftig, oder? Richtig krass. Ich habe Angst, dass wenn ich dann bei der landen würde, dass die mir irgendwie die Haare verumstalten würde, weil sie gerade Bock hat auf ein Experiment oder so und glaubt, nee, nee, wenn ich der grün färbe und abrasiert, das wird ihr so gut gefallen. Überraschungseffekt. Jedenfalls fand ich das sehr krass und bei mir persönlich würde es nicht gehen. Zwölftens. Was geht gar nicht bei Partys? Aus dem Alter bin ich zum Glück raus, aber trotzdem nehme ich jetzt mal das Beispiel raus. Ich finde, es geht gar nicht, vor allem bei Jüngeren, diese Partys, wo man irgendwie gezwungen wird, zu saufen und zu rauchen, weil sonst ist man unten durch und total uncool. Ich meine, wer saufen will, der soll es von mir aus tun, aber ich finde es krass, dass eben es immer noch diesen Druck gibt, von wegen, ja komm, du traust dich gar nicht zu trinken und du traust dich gar nicht zu rauchen. Finde ich uncool. Was geht gar nicht beim Autofahren? Beim Autofahren gehen finde ich überhaupt nicht diese Idioten, sage ich jetzt mal, die so unfassbar drängeln hinter dir. Hatte ich auch erst gestern, wie aktuell das alles ist. Die unfassbar drängeln, dann irgendwie an dir vorbeiziehen, nicht mal blinken können wieder beim Umspuren oder beim Abbiegen und ja, ich weiß nicht, da denke ich mir so, ganz ehrlich, wenn du die Grundregeln des Autofahrens nicht beherrschst, dann solltest du in der 50er Zone statt 90 vielleicht eher 20 maximal fahren, weil du uns alle gefährdest. Und das Beste daran ist ja auch noch, dass diese Deppen nicht mal zwei Minuten schneller da sind als ich. Woher die glauben, dass die so gut fahren können, dass sie sich so überschätzen, so schnell zu fahren, das geht mir nicht ein irgendwie. Also sowas geht gar nicht beim Autofahren. Vierzehntens. Eltern. Da, ach, das habe ich, das vermisse ich eigentlich, seit ich in der eigenen Wohnung wohne. Und zwar dieses Rufen und einen Herbitten. Also zum Beispiel, fangen wir mal so an, ich rufe meine Mama, Mama, komm mal. Und dann schreit sie hoch, weil das war im Haus, also schreit sie hoch, wenn du was von mir willst, dann komm du zu mir. Macht Sinn. Macht wirklich Sinn. Dann latsche ich die Treppen runter, gehe zu ihr, frage sie, was ich wissen wollte und gehe wieder hoch. Dann passiert es aber ständig, dass die Mutter das Gegenteil macht. Und zwar sitze ich oben, ganz gechillt auf meinem Bett, schaue irgendeine Serie oder was auch immer und höre auf einmal, Kim. Dann frage ich, was? Komm mal. Und ich denke mir so, du willst doch eigentlich gerade was von mir, warum kommst du nicht hoch? Und dann rufst du runter, aber ich soll auch immer runterkommen, wenn du mich rufst. Und dann heißt es, Vorsicht, logische Argumentation, ich bin ja auch die Mutter. Also es sind zwei Dinge, die ich an Eltern krass finde. Erstens mal, dass sie selber Vorschriften machen, die sie nicht befolgen. Und zweitens mal, dass sie manchmal argumentieren mit kompletten, blödsinnigen Aussagen. Also von wegen, die Rechtfertigung für irgendwie was weiß ich was ist dann, aber ich bin die Mutter. Totschlagargument. Und trotzdem ist das in diesen Momenten nervt. Muss man aber sagen, am Ende des Tages ist man froh, dass man sie hat und liebt sie über alles. Und deshalb, es ist jetzt gerade voll schnulzig, und deshalb sage ich zum zehnten Punkt, der heißt nämlich, grüße einen lieben Menschen und sag, warum du ihn lieb hast. Deshalb grüße ich jetzt auch meine Mama. Hallo Mama, ich hab dich lieb, weil du immer für mich da bist und ich mich immer auf dich verlassen kann und du die beste Mama bist. Und bei dieser Frage zu bleiben, kannst du mir auch eine Story schreiben, die bei dir und deinen Eltern so gang und gäbe ist, wo du dir immer nur so denkst, was zur Hölle? Das würde mich sehr interessieren, weil ich das ganz witzig finde. Was für kleine Eigenheiten die Eltern manchmal haben. Bei diesem Video tagge ich übrigens jemanden ganz besonderen, und zwar genau dich. Yeah! Das war jetzt mega Anmachspruch mäßig, oder? Stimmt. Ich sollte mir noch ein Schnauzer hinmalen und eine Pornobrille aufsetzen und so ein weißes Tanktop mit Chipsflecken und so anziehen, dann wäre es jetzt perfekt gewesen mit dem Spruch. Ich freue mich schon sehr, von dir zu lesen oder von deinen Eltern, von den Eigenheiten und verlinke dir hier noch meine letzten beiden Videos, die Beauty- und Pflegefavoriten, die aktuellen, und ein Follow-me-around zur Full-Moon-Party in Thailand. Ich freue mich, dich im nächsten Video zu sehen. Das kommt am Donnerstag. Tschüss!